Wann waren die hier noch nicht? Doch da waren wir, da sind wir hergekommen. Was? Also, probier aus. Oh, wir sterben. Something that will destroy SCP-682. Soll ich das? Ja. Mit Leerzeichen. Set. Passt nicht rein, oder? Ne, passt gar nicht rein. Schreibt gar nicht rein. Wieso schreibt ihr das dann? Super. Geht nicht. Probier 420. Einfach 420? Ja. Das macht was. Memory Accessory Relation. Ja, nimm. Good at shit. Okay, nächstes. Pain. Pain. Was soll ich das bringen? Cup of Pain. Hört sich gut an. Was ist das? Womit. Was ist das? Womit. Was ist das? Breche. Zwei M. Erbrochenes. Mit V vor allem. Achso, weißt du nicht. Und ein M. Womit? Was ist das? Potze. Unlob trink ich mit. Oh, wie langweilig. Lava. Kennst du eine Benni Lava? Ja. Was ist das? Müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Benni Lava. Was ist das? Fuck. Das passiert nur noch nicht. Dann sterbe ich doch auch. Womöglich. Oh. Almost instantly. Disintegrate ist auch so ein geiles Wort für mich. Ha. Desintegriert. Jetzt haben wir nicht die Cause of Death gewesen. Kannst du eine Video spielen. Ehm. Rage. 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 Wtf. Huh? Wtf. 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 Krasser Scheiß, Alter. Ehm. COD. Was soll das sein? Code? Nee. Code of Duty. Haha. Scheiße. Das gibt ja nicht Luft. Ich sag's dir. Wtf. Also wenn das kommt, heißt das bestimmt, dass du immer... Nee. Es geht. Pfff. Dobsdirt and your mom. Zeig ich nicht. Was? Ähm. SCP. Ich dachte der Automat kann nur Flüssigkeiten ausgeben, die es auf der Welt in flüssiger Form gibt. Ist doch egal. Nein. Ist ja jetzt mal nicht so... Auch Pains. Gibt ganz Sinn. Beweis erstmal, dass es keine Flüssigkeit gibt, die so heißt. Moving in your... Wow. Nice. Yes. Alien. Plotzt dann meine Brust auf. Ähm. Myself. Ach, das ist... Cuverti. I don't care. Bin ich jetzt da rausgepresst worden? Still warm. Boah. Waa. Pfff. Pfff. Weißt du... Ah ist doch was drin. Nochmal. Pfff. Pfff. Das geht nicht leer. Ähm. Memes. Memes? Ja. Ja. Funktioniert aber. Kann es nicht funktionieren? Macht es ja nichts, ne? Dann sagt er, gibt es nicht. Mir gusta das Fink, wie epic der ist. Sehr gut. Ahhhh. Noch mehr oder was? Liquid Nitrogen gibt es noch, aber da stirbt man, das weiß ich. Live. Ewiges Leben kriegen wir jetzt. Ahhhh. Better than ever. Alter, nimm live mit. Machen wir mal live und nimm den mit, vielleicht halte er uns und so. Kommt ja. Gibt noch mehr und man kann auch eigene Trinks zubügen, aber dafür muss man was bei den Dateien verhindern. Bei manchen Trinks war es Ratsang vorher zu speichern. Also am besten fand ich Rage. Zum Beispiel war Rage, genau. Rage war gut. Rage war gut. Das kann man wieder wegwerfen. Und die Batterie eigentlich auch. Das sieht alles voll weit. Ja. Haben wir noch was eigenes, was wir eingeben wollten? Mhh. Das können wir jetzt gerade auch nichts haben. Ah, wir können mal... Wie heißt das noch wieder? 1, 4, 8 Auto-French 1, 4, 8 wie bei dem 4 Ok Dann eben Komm ich weg So komm ich weg Kannst du auch live machen können Stimmt, aber da haben wir so wenig Platz Da muss ich dran gehen Ist der an? Nein Wenn wir wieder zurück kommen müssen, dann schauen wir was dazu drauf Wenn es auf der anderen Seite irgendwie angeht Doktor-Rooms? Mhm Doktor-L A-Triple gehts auch Konferenz Doktor-L Das ist der, der plötzlich auf geht Das ist der, der plötzlich auf geht Die große Liga Oh Komm, weil man den da schlafen hat So Das war der Ah Die Liga Die Liga Die Liga geht auch schon so Negative Negative Negativ. Remote Control...ne Remote Door Control. Er sitzt nochmal zurück in die Dingsauern oder was? Ist der da? Ne ist der nicht auch da? Wir können es ja machen. Falls wir zufällig vorbeikommen. Was soll das eigentlich auch hier machen? Wir wollen Prime und so on. Mal gucken wir mal auf den Nav. Oder was? Da warst du doch drin. War das der? Ja. Nein, ich bin gleich viel weiter drin. Was? Wenn du mal oben auf den Schoßdruck hast, oder? Was ist der denn? Warte. Das stimmt. Nein. Dreh dich mal um. Da waren wir noch nicht. Welchen den haben wir? Den kommt? 7816? Ja, das ist aber ein extremer. Ja. War der nicht so ein J? Das war der andere. Der mit der Keycard Level 5. Den wollen wir den Code nicht mehr wissen. Ne, der hatte keinen Code. Da wo du SCP-123 reinlocken wolltest. Aber bei welchem waren... Der da war das mit dem Radiocode, oder? Ja. Weißt du den noch? Ne, ging das um 5 glaube ich. Ja, ich dachte es mir auch gerade. 5, 6, 6, 4 oder so. Ja. Ja. Der jetzt lösen wir. Genau der. Genau der. 7, 8, 1, 6. Keine Ruhe. Das sieht aus. Ja. Wir gehen jetzt. Wobei... Das ist so ein Achievement, oder? Ja. Achso, ne. Das ist der Harp. Oder Mainart. Ist der Mainart? Ja. Ja. Radiohörner. Ach fuck. Ach fuck. Das ist doch, oder? Oh. Nein, ich hab die Batterie vorhin... Stomages etching. Ach du hast ein SCP. Ich hab danach gespeichert. Ja. Ja. Ich hab danach gespeichert. Ja. Ja. Was zur Hölle? Ist er jetzt scheiße? Ja. Kommt da jetzt ein SCP raus, ne? Alien. Frag nicht. Was für eins. Ein ganz ekliges. Ja, was ist denn das jetzt? Kann ich jetzt... Das soll mich jetzt mal sterben lassen, oder? Ich komm hier nicht voran. Ich drehe auf der Stelle. Ja. Aber das geht auch nicht weg. Das ist ja blöd. Das SCP geht auch nicht mehr. Das machen wir. Ha. Vorbei. Geil. Oh ja. Jetzt muss ich gleich ignorieren. Oder? Dauert das echt zu lang? You are feeling me from the blood loss. Sterben wir jetzt einfach? Oder was passiert? Oh ja. Mysteriös. Einfach mal gucken. Das ist ja langweilig. Ja, das dauert viel zu lang, finde ich. Ja, da kommt auch nichts mehr. Das wäre schon hart, wenn da was kommen würde. Allein durch den blood loss müssen wir doch mal so langsam zugrunde gehen. Wo ist das SCP? Ich kann nichts erkennen. Keine Corsair Test. Da wollen wir nicht mal laden, oder? Wir sterben dann wieder. Ja. Da war's. Für diese Episode. Ein paar Drinks ausprobiert. Rage war am besten. Ansonsten. Ansonsten. Das geben wir jetzt immer ein. Rage. Ansonsten nichts Außergewöhnliches. Wir können ja mal gucken, was man noch eingeben kann. Ja. Ihr könnt ja Vorschläge schreiben. Was noch mehr gibt. Was wir ausprobieren sollen. Zuschauerfragen stellen. Wenn ihr noch welche habt. Und ansonsten. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Ja. Tschüss. Tschüss. Okay. Warte. Diesmal hast du Knoblauch gegessen. Gibst du? Ich hab gar keinen Knoblauch gegessen. Ich hab gegessen. Warte. Putenrollbraten. Mit Bratkartoffeln. Und Knoblauchsoße. Nein. Und Spätzle. Und Bratensauce. Und dafür ein Croissant. Nein, nein. Mehr hab ich nicht gegessen. Gut. Wohl doch. Ganz früh am Morgen. Noch bevor ich das Croissant gegessen habe. Habe ich noch eine trockene Scheibe Eiweißbrot gegessen. Das war lecker. Interessiert auch. Eiweißbrot. Das hat nämlich weniger Kohlenhydrate. Ja, darum ging es mir nicht. Mir ging es darum, dass halt nichts anderes da war. Bis der Vater zum Berger gegangen ist. Und dann was gescheites geholt hat. Deswegen habe ich auch nur eine Scheibe gegessen. Ich finde es etwas gutes. Kannst du nicht so mit Marmelade oder Nutella kombinieren. Weil da alles scheiße irgendwie schmeckt. Ich habe nur eine Scheibe pur gegessen. Das war in Ordnung. Let's go. Ja. Oder um es korrekt zu sagen. Let's play. Morgen Jungs. Und Mädels. Und Mädels.